Ich gratuliere. Sie werden als Asylsuchende entlassen. Nicht eingebürgert, noch nicht. Von jetzt an wohnen Sie in einem Haus unserer Wahl. Sie haben keine Erlaubnis, von dort wegzuziehen. Wir sind gute Menschen. Ob Sie gute oder schlechte Menschen sind, das werde nicht ich beurteilen. Ein Palast? Das ganze Haus ist nur für uns? Ich glaube, ihr werdet zurechtkommen. Solange ihr es schafft, euch anzupassen. Ihr müsst Teil der Guten sein. Das ist unser Zuhause. Ich schmecke nur noch Metall. Du gewöhnst dich dran. Ich hab was gesehen. Im Dunkeln. Du hast es auch gespürt. Das Haus gibt es damit Probleme. Genau das wollen sie. Sie halten uns gern für geisteskrank. Sollen sie uns zurückschicken. Wie schnell du alles vergessen hast. Was wir durchstehen müssen, um herzubelangen. Wir gehen nicht mehr zurück. Hier ist kein Hexenmeister. Raus hier! Was ist los? Ratten. Das waren Ratten. Das hier. Du warst draußen? Das ist mein Haus! Das ist mein Haus! Das ist mein Haus! Und du fragst dich gar nicht, was er zu mir sagt? Er sagt, dass ich Angst vor dir haben sollte.